zombie tot alter die macht spaß also die waffe gefällt mir das ist ja diese pistole mit gewehrlauf irgendwie vorne dran so ist das jetzt so weit weg da fragst du mich was hier war das gut gut schön hunde i love it schön wo noch einer und ist jetzt hier ich logge mal her alter das war aber knapp aber hat sich gelohnt also es gibt wieder ein paar erfahrungspunkte noch mal gut dass sie ab und zu noch mal ein bisschen rumheulen ja das ist wenn die gleich auf einen losstürmen würden das wäre ja ohne vorwarnung sowie die zombies ohne geräusch das ist nicht ja nur drei sehr gut drei kopfschüsse verteilt und hier gibt es munition schön immer mal nach oben ich glaube dass hier ist es genau da ist sogar nicht mal entgegen noch nicht meine schwarmmutti oder so so sucht ihr mein schönes aus ich glaube das war doch auch mal näher oder so ja jetzt muss man eine halbe weltreise hier machen so hier gibt es wieder ganz viel munition und alles bei den wagen war schön manchmal alles einsammeln meine munition ist bereits voll ok das ist ein seltener zustand und ein einer der richtig gut tut ja obwohl wenn man vor die lootboxen steht und gar nichts einsammeln ist auch blöd das stimmt oh da sind nochmal hunde jetzt kommen sie oh glaube ich ja doch wo sind sie denn da ich glaube der ist tot dann können wir weiter ja nochmal schön munition verschwenden oh zombie headshot hmm das schmeckt o alter wie es wie es sie zerlegt hat so Der mit dem Messer Der mit dem Messer tanzt Zack Da wollte er mir doch einen erzählen Ich höre einen Dynamitstein Ja, ich habe einen geworfen, der ist so ein dicker Ich habe ihn mal weg gemacht Oh nein, eine Schwarmmutter Oh sehr gut Die ist weg Ich löse das mal hier Hammer Das ist ja Ob ich Was Was hundemäßiges So Wo ist denn jetzt am nächsten Wurzeln hier lang Oh ja, das sind Hunde, oder? Manchmal Ich will mal Meine Klinge schärfen Ja Zack Ich habe die Hunde gefunden Ah Es gibt noch mehr Auch da hinten Oh Es ist alles gespielt Und unten Vorsicht da links Es sind auch welche Da kommen sie Und wo hier wurde gerade gebaut können müssen Ja, ich habe irgendwas ist so nah an mir Ich habe es hat sie angehört, als wenn Was an mir vorbeigeflogen wäre Ah, da hinten ist er Oh, ich wurde getroffen mit dem Also da sind Gegner von der Seite Ich muss mich mal kurz Kommen die gerade? Siehst du wo die sind? Ja, hier ist noch rund Danke Ich weiß nicht, wo die Gegenden sind Oh, ich wurde auch Von da, glaube ich, schieße da Von da hin, na Ich weiß noch nicht, wo Ja, ich sehe den gar nicht Ja, ich auch nicht Ich habe da hinten mal eine Schwarmmutter angeschossen In der Hoffnung, dass sie ihn da hinten In den Arsch beißt Wo immer der auch ist Ja Das wäre natürlich ideal Ich bin gerade mal unter dem Haus Ich bin hier in dieser Hütte nebenan Aber ich sehe niemanden bewegen oder so Ah, jetzt weiß ich, wo er ist Er ist Hier oben Da oben aus den Löchern schießt Alter Und der hat mich jetzt erwischt Okay, aber wenn er so weit weg ist Hinten Dann kann ich dich bestimmt wieder beleben Ja, ich denke schon Kannst du mich schön hier Genau hinter dem Strohbahn einfach Oh scheiße, fast Schon wieder? Ja, ja Ich konnte nicht so schnell weg Kannst du ihn noch mal Okay, jetzt habe ich es raus geschafft Das ist irgendwie so ein Sack Ich gehe mal Kannst du ihn ein bisschen Achso, du gehst auch hinten lang Ich komme mal mit Und dann kriege ich da eine schöne Dann kriege ich da eine schöne Dynamitstange Alter, der Drecksack Der schießt aus dem Fett Oh ja, jetzt sehe ich ihn Ja, habe ich ihn gesehen Oh scheiße, er hat mich wieder Der ist nicht schlecht Oh ja Das ist wie beim G3 schießen Ich musste immer ein bisschen weiter nach unten zielen Damit du den dann oben kriegst Ja Ja Ah Drecksack Jawohl Das sind mehrere, glaube ich Ein bisschen durchs Holz schießen Ich glaube, es sind mindestens zwei da oben Okay Ah, da wie es einschlägt Ja Scheiße, wir müssen irgendwie näher ran Ja, ich bin tot Pass auf, ich deute mal an Und dann laufe ich mal rüber zur Hütte Jo Siehst du, es waren zwei Es waren zwei Schüsse kurz hintereinander Alter Junge, Junge Alter, die haben wohl eine Art Eiermananne Oh, alles wird verbannt Gott, mehrermaßen Wirrwarr hier raus Aus dem Gestrüpp Oh nein, da ist dann Immortler Da oben ist er Jetzt links Links Da ist er Direkt jetzt, wo du hinziehst Da oben Etwas weiter unten Nein, unten Scheiße Der Immortler kommt Oh nein Alter Oh, danke Die haben den für mich angeschossen Also im Fenster waren die direkt Okay Alter, das war ja krass Der Immortler Ja, genau Alter, ja Das war zu einfach für die wahrscheinlich Aber das war nicht Aber das war nicht Ja, genau Das war nicht Ich habe es noch mal